Geliked von Hitradio FFH, Biggie, die EM-Fluencerin. Völlig losgelöst. Yo Leute, mein Name heißt Biggie. Was geht? Voll nice. Ich hab ja Tickets fürs Stadion am Freitag gewonnen. Und zwar für EM2024. Wow. Nicht so nice. Ich geh gar nicht hin. No joke. Ich hab gedacht, EM2024 ist ein Hip-Hopper. Wie Apache 207. Und das wär ein mega Stadionkonzert und so. Geil! Aber Leute, dranbleiben. Jetzt kommt's. Die haben das Stadion umfunktioniert zu nem Sportplatz zum Kicken. Musst du erst mal drauf kommen. Klingt jedenfalls voll lame. Wow. Aber jetzt hör ich in meiner Timer ständig, das spricht sich EM24. Das wär nämlich voll das epische Event. Mit eigenen Klamotten, Schminken und Party. Wie cute ist das denn? Deshalb hab ich jetzt nen Channel gemacht und erzähl meinen Followern ab sofort alles zu dieser Kick-Challenge. Wisst ihr übrigens, wie man im Fußball ein Selfie nennt? No joke. Eigentor. Biggie, die EM-Fluencerin. Jetzt folgen bei Hitradio FFH.